Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Nachdem wir warm angezogen sind, müssen wir draussen noch ein paar Punkte beachten. Man sollte immer in Bewegung bleiben und nicht zu lange an einer Stelle stehen. Immer durch die Nase einatmen. Dabei wird die Luft angewärmt und kommt nicht so kalt in unsere Lungen. Wenn wir es riskieren wollen und unsere kleinen Freunde mit kurzem Fell auch nach draussen nehmen wollen, dann müssen wir sie selbstverständlich auch winterfest machen. Hier wäre das Zwiebelprinzip natürlich auch das allerbeste. Aber mit jeder Schicht minimieren wir das Verhältnis der Beinlänge zum Körper. Hier würde die Gefahr bestehen. Dass man den Guten nach ein paar Schichten rollen müsste. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Entweder ihr zieht ihm ein Mäntelchen an oder ihr klemmt ihn euch im Täschchen unter den Arm. So, nun wisst ihr das Wichtigste. Und ich bin sicher, dass wir die sibirischen Tage überstehen. Nein, nicht stehen. Gut durchlaufen werden. Tschüss.